Die H.Q. zerbitten Scharmung, Einschätzung. Die Fall ist zerstört! Immerhin B.O.V.s! Hölle auf Erden. Sie hat nicht übertrieben. Leon. Leon! Ganz im! Reda! Ich dachte, sie wäre tot. Es geht so, solange wir noch können. Mist! Es sind zu viele! Ich fühle mich langsam wie Ihr persönlicher Leitwächter auf uns, Herr Kennedy. Leon! Da lang! Ich frag mich, ob das zu Simmons' Plan gehört. Wohl für mich. Selbst Simmons war nicht so nachlässig. Helena! Hier lang! Verdammt! Wir schaffen das. Wir müssen... Wir machen das. Jetzt müsst ihr allein zurechtkommen. Es ist ganz schön was los hier. Man sollte ihnen sagen, dass Ihr Boss im Winter ist. Wir machen die, sonne. Ich fuhre uns nach. Wir machen das. Wir machen das, was ihr von uns. Wollen Sie sich zurück? Es geht noch mit. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen das. Wir machen ja den Gewehr. Wir machen die Ideen. Wir machen die Ideen nicht ganz sicher. Reine Verzweiflung. Mh, hübsches Modell. So einen hätte ich abgehoben. Schweine Verzweiflung. Das war's für heute. Nichts als schöner Schein. Typisch. Ich hab genug Zeit verschwendet. Auf zum Tuch. Das war's für heute. 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 Du. Du. Ich will. 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 Hoffentlich sind Sie versichert. Was ist das? Beseitigen wir den Rest von Simmons' Chaos. Beseitigen wir den Rest von Simmons. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Letzter Punkt auf der Liste. Hinweise auf den Haupt meiner Identität beseitigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Leon. Nicht klein zu kriegen. Nun ja. Das haben wir gemeinsam. Perfekt. AIDA! Hat das nicht gereicht. Ich gehe jetzt echt auf die Schmerzen. AIDA! 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 Zagut! Da will die Konkurrenz loswerden. ¡Suscríbete al canal! ¡Ada! Elena, ich brauche Deckung. ¡Leon! Ada, hören Sie mich? So darf es nicht enden. Aber nicht mit mir. Na los, aufwachen. Wenn Sie wirklich Ada sind, stehen Sie das durch. Wir beide schaffen das. Ich habe nur die Augen entspannt. Einschlafen bei der Arbeit? Wenn Sie es nicht bemerkt haben, Simons machen Sie den Kreis. Ich bin unterwegs. 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 Geh! Durchhalten! Ah! Durchhalte! Durchhalte! Uh! Ah! 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 Was ist das? Leon! Wollen Sie leben? Dann betteln Sie in Ihr Leben. Nicht passen. Man kriegt nicht immer, was man will, Simmons. Nein! Machen wir Schluss. Und man muss immer nach vorn blicken, Simmons. Also, hier hat Carla ihre Experimente durchgeführt. Wieder ein Misserfolg. Bringt mir eine andere Testperson. Was glaubt ihr, warum wir dieses Labor hier errichtet haben? Mitleid ist Ihr Fehl am Platz. Ein Ende, ein für allemal. Aber ich glaube, find es großartig. Rimm als Hilfe zurückkeignent. Vielen Dank. Schön! Oh, 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 oh. Ein Auftrag? Klar, ein gerade frei geworden. Ein Auftrag? Untertitelung des ZDF für funk, 2017